Ich bin drauf, macht die Beruhe! Ähm, hallo Leute! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Was hast du getan? Er hat einfach die Pirateninvasion gestartet! Hä? Habe ich nicht! Die ist von allein gestartet? Ja! Hallo, die kommt manchmal einfach! Ja, Ruben hat einfach irgendwie Offscreen Zeug für eine Pirateninvasion gefahmt und das ist... Nein, nein! Also, hallo Leute! Willkommen zu einem neuen Video von Terraria! Und ich habe im letzten Tag einfach nur Dinge gefragt, damit wir den Zerstörer besiegen können! Und jetzt sind die Piraten einfach gekommen! Die kommen von alleine manchmal! Lol! Hä, what the fuck? Alter! Und die sind richtig stark! Ich merks schon! Oh fuck, da ist der Piratencaptain! Wo? Da! Oh! Ich hab ihn gesehen! Ich muss ähm... Oh! Lell! Wofür wurde ich da echt... Was war denn? Von nem... Von nem Papageien! Achso... Ich muss... Spider, 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 Spider... Ja, warte, 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 ich geb's dir gleich! Nachdem es die Piraten... Ich hab meinen Spider-Start jetzt schon! Okay! Ruhm hat nämlich auch oft genug meine Spinnrüsten gefarmt! Oh, ich hab ihn getötet! Ich hab ihn getötet! Er hat gesagt, er hat dafür zwei Stunden gebraucht! Und wenn das stimmt, dann bin ich stolz auf Ruhm! Das hat wirklich zwei Stunden gebraucht! Ich war unten in diesem überfüllten Spinnennest! Und jetzt hab ich die gesamte Spinnrüstung! Mach ich geb sie dir mal schnell! Okay! Und zum Glück kann ich durch die Wände schließen! Äh... Okay, und wenn das hier vorbei ist, dann hab ich auch noch was darüber reden können! Jaja, sehr interessant! Du hast mir die Spinnmaske einfach gegeben, Trottel! Ähm... Nein, mein Evator war voll! So... Alter, das Ding ist richtig stark! Das, was ich von der Halo-Eut-Mimik bekommen hab! Guck mal! Spam... Dich! Jemand schreibt mir einfach ins... Alter, jemand spammt grad richtig Steam voll! Noch ein Piraten-Captain! Gut... Ähm... Also... Also... Wenn die Invasion vorbei ist, dann erklär ich mal eben alles oder so! Warte, ich hab hier noch ein Item für dich von der Mimik bekommst! Das ist das, was ich auch hab! Das macht, dass es Sterne regnet, wenn man getroffen wird! Gib, gib, gib... Ich hab dir doch grad gegeben! Nein, das ist hier eingesammelt! Oh, warte, ähm... Hier, zack! Danke! Oh mein Gott! Siehst du das? Leute, deine Spinnen gehen ja richtig ab! Ja, ich weiß! Hast du fünf Stück davon gespawnt? Hm... Warte, ich geh nochmal hier zu dem Altar im... So, da kann ich noch eine machen! Ne, Quatsch, ist das Falsche! Na, na... Okay, ähm... Sie sind auf jeden Fall schwerer als die Goblins! Ja! Warte, ähm... 5! Ja, okay, das ist... Ich hab einfach eine halbe Platinmünze in meinem Invental! 50 Goldmünze! Also hast du jetzt deine ganzen Spinnenmonster auch? Die Sentry-Spinne! Hast du schon gezeigt? Ja... Äh... Äh... Ich hab einfach eine halbe Platinmünze in meinem Invental! Ich erkläre das gleich nochmal alles so! Ja, nachdem die Goblins vorbei sind! Die Goblin-Armee ist eine richtig schwere Armee! Wir können groß an, dass die erst jetzt kommt und nicht direkt, wenn wir Half-Mode gejoint haben! Die sind bei mir nämlich das erste Mal gekommen, direkt nach Half-Mode! Du meinst die Piraten-Armee, nicht die Goblins? Ja, die Piraten! Also... Es ist das Ding aus dem Trailer! Ich hab mein Ding wieder mit! Alter, was ist denn das da? Das ist das Ding aus dem Trailer! Einwirst du dich! Ja... Oh mein Gott ist das riesig! Hast du das Gefühl, das hat coole Drops? Ja... Spinnen, 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 Spinnen! Meteoriten, Meteoriten, Meteoriten! Ich minimiere die ganze Zeit mein Spiel! Leute, deine Spinnen sitzen da auf den Kanonen drauf, geil! Alter, und du siehst mal wie unübersichtlich das ist! Es ist... Ich liebe irgendwie diese Invasion von Terraria! Alles ist so unübersichtlich wie in der Echt! Wie so minimiere ich die ganze Zeit mein Terraria echt? Wo bin ich mal den Rand? Lol... Ich bin gestorben! Alter, da liegt noch so eine Machete! Siehst du's? Ähm... Das Piratenschiff ist weg! Ist doch egal! Nein, stopp! Sammle die Machete ein! Die ist richtig stark! Okay, es ist wieder da! Alles gut! Okay! Siehst du die Machete in unserem Haus? Auch egal! Ach da! Keine Chance! Ich bin viel zu schlecht für das Spiel! Sag das nicht, Alter! Ich bin auch grad gestorben, okay? Außerdem hast du eine Sammlerrüstung! Alter, das Piratenschiff ist krass! Da kommen Piraten raus irgendwie, oder? Okay, warte! Ich glaub ich kann wieder so angreifen! Hä? Du, das ist gleich tot, das Ding angreift! Okay! Gleich ist es tot, gleich ist es tot! Alter! Stürzt! Ja, ich hab's ge... Alter, ist es einfach... Ist das einfach aufgelöst, was ich sehen? Ja! Ach ja, und Piraten lassen goldene Möbel fallen! Nur zur Info! Das... Der Typ spawnt einfach in mir drinnen, ey! Ich weiß! Aber Piraten lassen goldene Möbel fallen, okay? Das macht alles sehr gut! Ja, okay! Damit hast du natürlich schlecht! Fuck! Noch ein Captain! Warte! Ich benutze jetzt mal mein neues Schwert hier! Zack, zack! Okay, warte! Meteoritenstab! Neues Schwert! Er ist eine ziemlich gute Kombo! Er ist tot! Ja, wir haben's geschafft, Fabian! Nein! Ich trottel! Was? Du wirst es sehen, sobald du meine Aufnahme siehst! Ich hab jetzt alles einfach entleert! Hey, wie jetzt entleert! Ich hab auf Deposit Art! Ich hab jetzt hier so einen Stab! Der macht hier so einen... Ein Stab! Der macht hier so einen... Ein Stab! Ein Spinnengeschutz! Was ziemlich viel Schaden macht! Außerdem hab ich einen Spider-Stab! Aber den kennt ihr ja schon! Und die Spinnenrüstung! Und so! Ja, ne? Krass! Und... Ja... Ruben hat halt ziemlich viel gespielt! Irgendwie auch zu viel! Zwei Stunden hat er dafür gekauft, um mir die Rüstung zusammenzufahren! Fabian! Ja! Oh mein Gott! Das ist jetzt unser neues Startritual-Ding! Alter! Okay! Ich hab hier noch ein bisschen Munition für dich! Ja! Also! Während ich gefahrens hab für die Spinnen, hat die Spinnen übrigens noch so einen Poison-Stuff getroffen! Und er schießt auch einfach so drei Dinge! Ziemlich toll! Okay, gut! Und... Alter, hier sind noch Papageien, die sind laut! Ich muss die töten! Okay! Ähm... Ich wollte was erzählen und zwar, äh... Weil wir nie was wirklich zum Überreden haben! Hab ich mir was gedacht! Eigentlich hab ich mir nicht ausgedacht, aber... Ähm... Ich erzähl jetzt einfach eine Geschichte! Aus meinem Leben! Weil es so interessant ist! Warte, Fabian! Fabian! Ja? Möchtest du ein... Du möchtest sicher eins von den beiden neuen Schwertern, oder? Such dir eins raus! Das sind richtig gute Dinge! Oh! Das sind tatsächlich richtig gute Dinge! Das... Die sind stärker als das Knight's Edge! Oh! So, ähm... Das ist perfekt, dass wir gleich zwei haben! Ja, gib mir einfach deinen Schrott! Ich will jetzt auch ein Schwert haben! Du hast nämlich eins davon! Hä? Ja... Oh, ich hab beide einfach... Warte, das ist plus... Äh... 51? Macht das? Welche soll ich denn nehmen? Gib denn... Gib mir einfach das ohne Prefixes! Ich möchte aber das ohne Prefixes, weil es schneller schlägt! Na dann gib... Warte, ich möchte... Warte mal kurz! Ich möchte... Das ist größer! Aber egal, hier... Du hast es dir verdient! Okay, danke! Also ja, Cutlass ist ein sehr gutes Schwert und ja... Das ist doch das eigentliche Ziel der Piratenarmee gewesen! Boah! Alter, so viel zu erledigen! Warte, was? Und zwar... Ja, ich möchte jetzt reden! Ach man, ich... Dann rede doch einfach! Okay, und zwar... Ähm... Eine von meinen Mitschülerinnen, die fehlt irgendwie ständig, weil die ständig im Krankenhaus ist oder so... Was tut die ständig? Äh... Die fehlt! Achso, ja... Weil die ständig im Krankenhaus ist oder so, weil da irgendwas passiert... Und ähm... Letztens ist der ein Junge, als er auf der Treppe saß... Mit dem Knie gegen den Kopf und der Kopf ist dann gegen die Wand... Und dann hatte die nämlich hier in der Schütterung danach... Da musste die ins Krankenhaus... Für irgendwie zwei Wochen oder so war die da... Lol... Danke... Und ähm... Ja, die ist heute wiedergekommen... Und äh... Die kann sich an niemanden von uns mehr erinnern... Das ist krass... Die hat einfach vergessen, wer wir sind und sowas... Also die konnte auch nicht mehr ihre Eltern und sowas erkennen... Wie muss ich das denn anfühlen? Ja, keine Ahnung... Das ist auf jeden Fall voll krass... Irgendwie... Ich meine, da hat mir... Keine Erinnerung an die Vergangenheit... Lol... Lichtschlüssel... Ne, mach ich mir nicht... Ich war auch noch ein bisschen im Hallowatt... Hab da auch ein paar Hallowatt-Dinge gefahren... Jetzt hab ich endlich wieder ein neues Buch... Schau mal... Le... Das ist ziemlich toll... Irgendwie... Ah ja, noch was Fabian... Ich hab wieder einen Gefallen für dich... Guck mal, was ich dir mitgebracht habe... Ich hab... Jetzt hab ich schon zwei... Aber auch... Egal... Ja... Ich hab aber schon eins... Ey, warte... Du hast doch so ein Jojo-Bag, oder? Ja... Kannst du damit nicht mehrere Counter-Wights auf einmal tragen? Ich glaub, das mit dem Jojo-Bag hast du nicht richtig verstanden, Fabian... Nein, hab ich nicht... Das sind einfach nur... Ähm... Die Dinge kombiniert... Das ist jetzt kein richtiger... Weg... Schade... Alter, so viele Dinge... Jetzt hab ich zwei Counter-Wights... Rubens Kiste ist auch schon voll... Ähm... Was tu ich weg? Äh... Gute Frage... Ähm... Hier hast du meinen Metalldetektor... Ah ja, danke für den Metalldetektor... Ich kann den jetzt übrigens mit dem DPS-Meter oder so ähnlich kombinieren... Hoffe ich... Ja, guck, guck... Hier neues Item... Goblin Tech... Goblin Tech... Schau mal nach... Ähm... Wir haben braucht 6 Seelen, die Nacht... Haben wir... Okay, wir können die Zerstörer machen... Okay... Ähm, welche Waffen soll ich benutzen? Keine Ahnung... Benutz die Piercing-Waffen... Die halt durch mehrere Objekte durchgehen... Warte... Okay... Ich hab... Krass... Ähm... Ich hab so viele Dinge im Inventar... Das ist so krass... Ähm... Welche Pfeile gehen nochmal durch? Jester's Arrows, oder? Ja, Jester's Arrows. Oder soll ich lieber Hellfire Arrows nennen? Die explodieren halt. Das ist auch gut, aber nimm lieber Jester's Arrows. Okay, ich mach Jester's Arrows und sobald die auch gebraucht sind, benutze ich Hellfire Arrows. Alter, mein Inventar, du musst mal mein Inventar... Jester's Arrows gehen ja auch grad, okay. Alles gut. Okay, mein Inventar ist so voll. Alter, meins auch. Ich glaube, meins geht grad. Ich hab wieder ein bisschen Palladium-Bachen im Inventar. Jolos, weg, weg. Okay, das kann man hier gleich reintun. Oh, ich wusste gar nicht, dass wir ne Kiste für die ganzen Crap hier haben. Okay, warte, ich sammle alles zusammen. 6 Seelen in der Nacht haben wir. Dann brauchen wir jetzt 5 Eisenwachen. Okay, ich dachte schon, wir haben nicht genug Eisenwachen, aber wir haben noch richtig viele Erzknoten da. Auch wenn wir nicht dropen wir jetzt einfach irgendwelches Zeug. So, und jetzt brauchen wir noch hier ein V-Dist-Floch. Dann haben wir auch locker genug. Warte, descraftet man sich, glaube ich, auch am Mephriel am... Ja, am... Okay. Jetzt hab ich einen mechanischen Wurm. Okay. Warte. In der Arena. Wo denn sonst? Ja, ich hab keine Ahnung. Vielleicht muss das auch wieder so weit weg vom Spawn machen oder so. Nee. In den Kingsland. Wir haben die Arena eigentlich nur fürs Auge gebraucht, Leute. Oh, ich bin so richtig angespannt, weil der Zerstörer ist einer der schwereren Bosse. Aber ich glaube, so weit sollten wir das eigentlich schon schaffen. Und du hast einmal noch Skeletron hier gemacht drin. In der Arena. Okay, egal. Komm, den schaffen wir. Warte, warte, ich hol mir noch einen Potion. Ähm, oder nee, ich glaub nicht, oder? Ich platziere einfach jetzt mitten in der Arena, ähm, den Ding. Das Turret. Okay, das passt. Oh, fuck. Ich bin jetzt aufgeregt, okay. Ja, ich würd sagen, wir sind bereit. Ich tu noch schnell hier am Crystal Ball mir meine, ähm, Dings zu verstärken. Hast du, ähm, noch einen Minion geholt? Hier ist schon wieder so ein goldenes Eichhörnchen, also. Okay, ähm, warte kurz auf mich. Okay, du hast die Spinne. Ich glaube, die Arena ist nicht groß genug, aber egal. Oh mein Gott. Ich bin grad richtig aufgeregt. Ich weiß nicht mal warum, weil ich hab den Zerstörer schon so oft gemacht. Ich kann jetzt sechs Spinnen haben. Also sechs Spinnen helfen uns jetzt. Okay, das ist sehr gut. Und du musst auch noch angreifen mit Justice Arrows. Okay, gut. Alter. Dann lass uns jetzt einfach anfangen. Okay. Guck meine Spinnen zerficken unter die Nerven. Wenn wir nicht zerfickt werden von ganz gewöhnlichen Haus- und Riesengegnern. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wir werden verkacken. Wir werden... Alter. Ich sterb ja so stund fast, ey. Wie ich einfach immer mein... Alter, das nervt so. Bist du jetzt ernsthaft schon tot? Ja, ich hab mein Fenster wieder im Minimit. Das ist so nervig. Ach so, ja. Das erklärt einiges. Die Laser vom Zerstörer sind die stärksten Wacken, die er hat. Wenn du ihn berührst, ist es nicht so schlimm, als wenn dich ein Laser trifft von ihm. Ähm, falls wir sterben, sind es die bisschen grüne Krati, ne? Ja. Vielleicht haben wir uns ein bisschen überschätzt. Obwohl ich... Ich schlag mich eigentlich relativ gut. Warum wusste ich, dass das jetzt passieren würde? Es ist jedes Mal so. Immer wenn ich sage, oh, ich bin ja so unglaublich toll in diesem Spiel, dann sterbe ich direkt. Ähm... Okay, das war jetzt aber auch meine Schuld in die größten Teile, weil ich... Ich hab nicht verstanden, warum du direkt krepiert bist. Ja, irgendwie... Ach, der ist so... What the fuck, wie viel Leben hat er? 200.000. Das war... Du hast doch gesehen, wie wenig Schaden ich ihm gemacht habe. Alter. Lol. Okay, wir waren noch schlechter, als ich... in meinen... geringsten Erwartungen erwartet habe. Alter, okay, wir waren... Ich war richtig scheiße. Ja. Du warst eigentlich nur ganz okay und so, aber ich... Oh nein. Alter. Oh, gute Neuigkeiten. Wir haben 52 Crystal Shots. Das heißt, wir können ein Laserschwert upgraden, wenn wir unbedingt wollen. Okay. Warte, wie viele Versuche hast du für... ähm... den Zerstörer gebraucht? Also alleine 10. Oh. Mit welchen Waffen hast du ihn geschafft? Ähm... Adamantitrüstung, dem... die Machete, die ich hier habe, die besten Accessories und generell einfach die besten Einfluss. Okay. Hast du davor noch einen Haken auf was gemacht? Nein, der Zerstörer war der Erste. Ich glaube, wir können bessere Chancen gegen die Zwillinge. Ja, ich... Ich kann es halt nicht... überhaupt nicht beurteilen, also... Ja, ich weiß schon. Okay. Aus den Crystal Shots können wir eigentlich wirklich einfach nur einen Laserschwert upgraden. Was Besseres können wir eigentlich nicht machen. Okay, wie viel Schaden macht das dann? Es ist einfach besser. Und aus dem bin ich mir sicher, du möchtest... Aber das Cutlass ist auf jeden Fall besser, aber wir haben es nicht mehr. Ja, weil ich für das Cutlass... Oder Moment mal, ne, aus Crystal Shots kann man auch richtig gute Musketenkugeln machen. Die explodieren dann so komisch in Splitter. Dann guck ich mal, was man aus dem Rest machen kann, aus Pixie-Glast und so. Ähm, ja. Boah, ich hasse mein Leben, Mann. Wieso bin ich so... Das Zerstörer ist verhältnismäßig eigentlich sogar der schwerste Boss. Achso, von wegen, ähm, weil man einfach so schlechte Waffen hat und so. Hm. Moment mal. Dao of Pau? Nee, lieber nicht. Ähm. Ich hab ne Idee, was helfen könnte. Könnte. Wie wär's, Fubian, wenn wir uns erstmal Flügel machen würden? Ähm, da hab ich kein Problem mit. Ich auch nicht. Okay. Gibt's ernsthaft? Einfach so, weil eben... Ja. Warte mal kurz hier. Dual Hook. Brauchst du den? Nein, ich hab ja schon mal einen Slime Hook. Der ist auf jeden Fall besser als der Slime Hook. Aber der Slime Hook hat drei. Ja stimmt, der hier hat nur einen. Obwohl er Dual Hook heißt. Ich verstehe es auch nicht. Ich tue ihn in die Kiste für nutzlose Dinge. Okay. Also, ähm... Moment mal. Warte mal einen kleinen Moment, Fabian. Wusste ich's doch. Ich hab grad, ähm... Warte, was für Stiefel hast du? Ähm, die Spinnenstiefel. Nein, ich meine hier, ähm... In dieser... Also, ähm... Spectrum. Ich hab schon die Frost Spark Boots. Ich hab jetzt geupgradet mit dem Uglet. Mit dem, halt... Mit diesem komischen grünen Ring. Und jetzt auch noch mit Ice Skates. Ich hab meine Anglets verkauft. Das war ziemlich dumm von dir. Ich weiß schon. Die haben ein Gold gebracht oder so. Das ist eigentlich ziemlich viel dafür, dass sie so schlecht sind. Ja. Okay. Dann gucken wir jetzt, ob wir auf eine fliegende Insel kommen und... Ja, stimmt. Ich hab da hinten irgendwo so einen Turm gebaut. Da kann man ganz easy hochhebieren. Erinnerst du dich, wo wir am Anfang von Hartmann... Ja, ich verstehe. ...probleme hatten mit den ganzen Gegnern? Mhm. Mittlerweile läuft's eigentlich relativ gut. Ja. Mit den Standortgegnern. Also wir sind verhältnismäßig, haben wir jetzt wie Goldrüstung am Anfang. Verstehst du? Mhm. Ich überleg grad, was die besten Accessories sind, um den Zerstörer zu besiegen. Wir könnten theoretisch versuchen, diese ganzen Emblems von der Wall-O-Flash zu formen. Und... Oder wir versuchen eine richtig gute Taktik, den Zerstörer zu besiegen. Da gibt sicher irgendeine gute Taktik. Du musst es wissen. Ah. Mir fällt gerade auf, dass ich zu dumm war und das nicht verwendet habe. Ich hab nur hiermit angegriffen, weil es halt so durch den Zerstörer durchging. Also ich hab richtig viele Waffen. Guck mal, ich hab jetzt auch noch... Ich hab noch die Space Gun, obwohl die nicht so gut ist, wie zum Beispiel halt der Poison's Death oder... Oder hier guck, ich hab jetzt schon so zwei Bücher. Kann man irgendwo eingestellen, dass Terraria nicht mehr minimiert werden kann? Das passiert mir grad zum fünften Mal in diesem Part. Ich hab schon gesagt, dass Terraria nicht mehr aufnehmen wird. Ähm... Ähm... Du kannst es auch Vollbild machen, glaub ich. Aber dann kann ich das mit Terraria nicht mehr aufnehmen. Äh... Mit Camtasia meine ich. Weil Camtasia zu... Ich wollte schon sagen, helfen willst du mit Terraria, mit Terraria auch. Such a great noob. Oh man. Wir müssen jetzt einfach nur warten, bis ein... Viwan kommt. Okay. Das kann jetzt was dauern. Shia-Lena. Hallo Shia-Lena. Aber Alter, deine Spinnen sind schon ziemlich cool. Guck mal, wie die in der Wand rumfocken. Booster-Track. Alter, okay. Davon brauchen wir, glaub ich, nichts. Das ist neu, das Item hier. Crates, Mishunmen, Blinds of Screen of Block Placement. Ist mir eigentlich egal, was es ist. Hört sich nicht sehr sinnvoll an. Was brauchen wir jetzt nochmal? Einen Viwan. Einen Drache. Den müssen wir dann umbringen. Okay. Wir töten gleich einfach einen Drachen. Ja. Easy. Was ist daran jetzt so toll? In Skyrim tötet man ständig Drachen. Ich... Hab noch nie Skyrim gespielt. Ich auch nicht, aber ich weiß, dass man da Drachen tötet. Allgemein. Wie viel hat dein Leben hat denn dieser Drache? Ja, nicht so viele. 3.000, 5.000. Okay, das geht ja nicht. Das geht ja noch. Wo hier Slimes und Hartmut ja auch nicht. Das ist unglaublich spannend. Sperma! Ich glaub meine momentan beste Waffe ist immer noch das hier. Ich bin sehr musikalisch. Ich hör's nicht. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Ich kann's nicht hören. Ach ja, du hast die Idee, wenn die In-Game sind, weil du so toll bist oder so. Was hab ich? Das sehen deine In-Game-Sounds aus, oder? Nein, hab ich nicht. Aber ich kann die... Ich hab meine In-Game-Sounds an. Aber ich kann deinen Sound trotzdem irgendwie nicht hören. Hä? Jetzt kann ich's. Ich hab's gehört. Da hat er grad so einen Schuss gemacht. Hä? Warte. Hä? Keine Ahnung, was da abgeht. Ich bin mal voll scheiße. Mann. Bleibst du kurz hier oben? Ich bin gleich wieder da. Oh, stopp. Du hast etwas gedockt. Eine Feder. Oh mein Gott. Das sollte ich schon immer einmal haben. Hier oben ist es dunkel. Oh Scheiße. Komm, 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 los, los. Ja, ja, ja. Du musst aber erst in Team Grün kommen. Ich bin schon mal in Team Grün. Okay. Es tötet mich. Ich wollte gerade schon eine Wasserkerze holen. Ach komm, so schwer ist es nun auch wieder nicht. Meins, 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 meins. So gut, du bist jetzt doch nicht. Also, okay. Ich will die Flügel haben. Ich hab ihnen zu müssen. Hallo, wir haben gerade mal sechs Seelen des Flugs. Wir brauchen 20 für ein paar Flügeln. Oh. Kriegen wir sechs, wenn man den einmal tötet? Nein, manchmal bekommt man auch zehn. So, ich hab jetzt die Monstersbahnrate aufs Maximum gestellt. Guck, da unten ist eine Wasserkerze und dann hab ich auch noch einen Battle Potion. Jetzt sollten richtig viele von denen kommen. Und ich glaube, wenn man drei oder so tötet, reicht es für einfach wie gut. Okay. Aber komm, so schwer sind sie echt nicht. Für meine Verhältnisse zumindest. Dann warte, ich muss hier noch... auf diese Insel. Wieso? Achso. Der Meteoritenstab ist der Tohol. Der Meteoritenstab ist der Tohol. Okay, so viel mehr Gegner kommen jetzt auch nicht. Oh mein Gott, hier ist irgendwo Tungsten. Oh mein Gott. Tungsten detected nearby. Na, da unten ist alles Tungsten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Tungsten, das brauchen wir unbedingt. Ja. Ich hab gehört, aus Tungsten kann man sich eine richtig krasse Rüstung machen. Bestimmt so eine Tanzenrüstung oder so, ne? Das ist eher richtig krass. Also ich hab grüne, ich hab grüne Füße. Ich bin Weltall. Ui, ich bin in Weltall. Äh, irgendwie kann mich niemand in meiner Schule ernst nehmen. Aha. Ich werde immer als nervig abgestempelt irgendwie. Okay. Wie ist es bei dir so? Keine Ahnung. Wir könnten ja mal den Leuten erzählen, was passiert ist, als wir gerade miteinander geskypt haben. Das war lustig. Das war sehr lustig. Na los, erzähl schon. Mach ich doch gerade. Ach ja, stimmt. Okay, das war so. Wir haben so zueinander so Hi gesagt und dann haben wir in der halben Minute, ich hab auf die Uhr geschaut, einfach überhaupt nichts gesagt. Und dann sind wir einfach angefangen zu lachen. Du hast angefangen zu lachen, dann musste ich auch lachen. Ja, wir sind normal. Lasst uns. Feder. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Flügeln. Ich guck dann gleich mal nach, wenn wir noch einen Weibern getötet haben, was es noch so für Flügelarten gibt. Du meintest doch irgendwie, dass dieser eine Lizardtyp Flügel verkauft. Ja, wenn er im Dschungel wohnt, aber wir haben ihm im Dschungel kein Haus gebaut, weil wir so great sind. Wir können ja im Dschungel ein Haus bauen. Können wir. Das können wir wirklich machen. Arrg. Survival Exposed oder so ähnlich. Weißt du, ich finde es schade, dass es irgendwie kein Counterpart zur... zum Halo-Aid gibt. Es gibt zwar ein Counterpart zur Corruption, nämlich die Crimson, aber es gibt kein Counterpart zur... Halo-Aid irgendwie. Stell dir mal vor, so als... als Gegenstück zur Halo-Aid-Game ist irgendwie so ein Candyland oder so. Ja, oder sowas, wo der Boden halt lila wäre oder so. Ja, okay, Candyland. Du weißt schon, auch so ein anderes tolles... Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich denke, Candyland passt am besten irgendwie. Candyland, sehr toll. Mit Schokoladenwasser. Ja, dann müsste es jede Waffe dann halt nochmal in Candyland vorm geben. Das hier müsste es dann noch... Es müsste dann auf jeden Fall Zauberbuch geben, was man in Candyland machen kann. Also keine Ahnung, die Entwickler hören ja nicht auf, postet es denen auf Reddit, aber ich bin nicht auf Reddit, deswegen kann ich es denen nicht sagen. Das Tolle an Flügeln ist, man bekommt keinen Fallschaden mehr. Das macht zwar dieses Item hier auch, aber ich rüste es nicht aus, weil ich völlig der Meinung bin, dass verschwendet es nicht haben muss. Vor allem am Anfang bekommen einfach die ganze Zeit gar keinen Fallschaden und dann, wenn man nur einen Block mehr runterfällt, dann kriegt man sofort 100 Fallschaden. Das fühlt sich für mich an. Ja. Oh. Ich habe gerade auch Terraria minimiert, weil ich auf die Windows passend gekommen bin. Yay. Wie findest du eigentlich diese realistischen Laser-Skrallen, die genauso sind wie bei Star Wars? Oder ist das realistisch? Ja. Aber ich habe mich dann mal mit einem Freund voll drüber aufgeregt, dass ich das gar nicht mag, dass die Lasers komisch rumfliegen und nicht... Die Lasers was durchgängiges, das kann man nicht so liegen sehen und so. Aber das wissen die Leute von Star Wars irgendwie nicht. Es ist ein Film, you with it. Was wäre, wenn Spiele realistisch, wenn da wären Spiele scheiße? Obwohl, ja okay, weil so Kleinigkeiten kann man schon manchmal realistisch bleiben, obwohl das keine Kleinigkeiten sind. Dann gäbe es kein Pokémon mehr. Ja, ich weiß. Und kein Minecraft und gar kein Terraria. Warum Terraria? Zumindest wäre Terraria dann langweilig. Zumindest wäre Terraria dann langweilig. Was machen wir denn gerade Unrealistisches? Wir stehen auf Wolken und unter uns ist ein Haus auf einer Wolke. Bäume auf einer Wolke. Äh. Ja gut. Du hast das hier vergessen. Ach ja. Außerdem fliegen mir Spinnen und ein Dinosaurier hinterher. Den Dinosaurier habe ich natürlich einfach Gold angemalt. Außerdem so ein Licht und äh... Ach ja, du hast ein brennendes Jojo. Ich habe ein Jojo, was so kalt ist, dass es auch brennt. Ich habe ein HAP-Banner. Stell den hier auf, dann machen wir... Als ob ich schon 50 besiegt hätte. Stell jetzt hier einen Banner auf, dann machen wir mehr Schaden auf die Kackfläche. Trottel. Ich kann es nicht aufstellen. Oh, ich bin der Fabian. Ich bin unfähig. Ich kann es nicht aufstellen. Ja. Ich habe noch nie einen aufgestellt. Ich gehe with it. Du hast alles golden gemacht. Das finde ich witzig. Wie einfach keine von den Viechern kommen. Ich fliege jetzt so ein Stück umher. Dann kommt die meisten irgendwie. Warum auch immer. Ich habe 51 Schaden genommen. Oh mein Gott. Ich habe 61 Schaden genommen. Als nächstes werde ich 71 Schaden nehmen. Ich habe 41 Schaden genommen. Coincidence? I don't think so. Oh mein Gott. Ist das hier spannend. Ich kotze gleich. Ich würde sagen, das schneiden wir ein kleines bisschen raus, oder? Ja, das könnten wir machen. Lois. Guck mal, obwohl ich das Buch nach unten tue, schieße ich Dinge nach oben. Die prallen ab. Oh, echt? Wie ist es mir das noch nie aufgefallen? Ich weiß es nicht. Wie sie einfach so wegfliegt. Ihr könnt uns nicht entkommen. Wir sind so stark. Ich mache mit Meteorit ein Boom Boom und dann sage ich, ich treffe die Harpie. Oh, ich wollte die Feder einsammeln, aber dabei war das ein Geschoss. ich habe die haupte keine sommer wird so ein scheiß drache kommt kann es sein dass irgendwie angst vor papieren hat unseren tollen waffen man kann es mal im wiki nachgucken wieso keiner kommt ich habe das schon nachgeschaut weißt du wie er noch mehrere auf einmal kommen nacheinander meine ich ja nacheinander kommen kann sogar mehrere so war das auch eigentlich wenn man wasserkerze und bettel posten sollen richtig übertrieben viele kommen es kommt nur hab hier übertrieben viele habe hier und das gefällt mir nicht vielleicht hätte ich die magic damage was ist das ich habe zwei helfe vor palladium einmal die und die weißt schon komm lass uns ein pvp battle machen okay weil wir im selben team sind geht es aber nicht jetzt sind bin ich im selben team du musst auch in ein anderes team gehen das ist der schmerzhaft fabian das gefällt mir aber nicht ich habe ihnen die aus dem ich habe nicht du bist spandell pvpgruppen bustlake mich die es gibt es gibt die den der und wenn man ein magier ist ja okay ich habe gerade eine riesige habe ich in jeder bewegung und haben ja nicht ob ich komme jetzt zum sponieren okay wir haben wir gut zu ich habe hier ein item mit dem kann man sich flügel machen der hals ruhig aber dazu musst du halt war was ich versuche jetzt an den weg zu kommen an flügel zu kommen ohne bei uns zu töten ich frage den guide mann baue ein lager im dschungel ein haus meine ich dann können wir uns kann einer von uns nicht schon flügel kaufen du kannst dir harpienflügel machen wenn wir noch zwanzig dicks haben giant wir haben jetzt eine feuer ich habe schon über 50 harpien getötet das könnte ein bisschen dauern nein wir brauchen eine giant kapitel und 20 seelen des flugs um ein paar flügel zu machen das problem dabei ist nur dass wir nicht genug dings haben okay dann bauen wir jetzt ein tolles haus okay für den typen na dann auf zum dschungel hurra wo bist du eigentlich wirklich du bist immer noch da oben auch bis jetzt schon wieder da oben wieso nicht ich hoffe dass du wartest dort auf drachen und ich versuche flügel zu kaufen ich glaube wir sollten den part beenden und das offscreen machen wir versuchen jetzt einfach ein haus zu bauen für den typen oder so für den lizard man und dann gucken wir ob ihr flügel bekommen bis bald meine freunde tschüss bis bald bis bald Untertitelung des ZDF für funk, 2017